Wer heute ins Berufsleben starten muss, hat echt die Arschkarte gezogen. Außer der nächsten Krise ist doch nichts mehr sicher. Ich habe mich entschieden, das System zu besiegen und direkt nach der Schule in Rente zu gehen. Mein Name ist Lea Müller und ich bin Rentnerin mit 20. Es ist jetzt nicht so, dass ich Geld vom Staat bekomme oder auf irgendwelche Enkelkinder aufpassen muss. Rentnerin sein ist ein Lifestyle für mich. Den habe ich selbst gewählt, um meine Welt ein bisschen zu entschleunigen. Und ja, klar, um die Last von meinen 20-jährigen Schultern zu boxen.